Heute bin ich hier auf der Aqua Expo und ich mache meinen Biotope Contest mit. Ist es knapp? Hier ist es auch knapp. Hier gibt es schon gefährliche Lösungsansätze. Borneo, Indonesien. Florida, Blue Springs. Biotope aus Deutschland. Du hast auch ein Biotope aus Deutschland gebaut. Hier ist noch ein Biotope aus Malaysia. Australien. Kolumbien. Willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich hier auf der Aqua Expo und ich mache meinen Biotope Contest mit. War ein bisschen spontan, aber ich habe mich dazu entschieden mal mitzumachen. Und ich habe lange überlegt, was ich machen soll. Ich habe überlegt, ob ich in einem Biotope aus Österreich mal nachmachen soll. Habe aber dann gedacht, ich mache etwas. Da habe ich mit dem Stefan auch viel geredet, der ist hinter der Karte übrigens. Hallo, ich bin auch da. Habe mit dem auch ein bisschen geredet. Dann habe ich beim Chris Lukow gesehen, dass er jetzt auch gerade in Florida wieder war, bei Blue Springs. Und er hat auch schon mal ein Video gemacht von den Blue Springs Gewässern. Und das schaut halt wirklich aus wie ein Aqua Expo. Ich werde euch das einblenden. Das ist echt sehr nice. Ich werde euch das Video verlinken vom Chris Lukow. Der hat das echt richtig cool gefilmt. Und da gibt es viele Pflanzen, was wir auch in den Aquarien benutzen. Und da habe ich mir gedacht, das werde ich nachbauen. Oder zumindest versuchen, so in die Richtung nachzubauen. Ich habe hier auch so eine kleine Beschreibung, wo das genau ist. Also in den USA in Florida. Das Aquarium ist ein Aquael Lady 60, also ein komplett klassisches Standard-Aquarium mit Abdeckung. Soll ich dir helfen? Bin ich gespannt. Das geht schon. Okay. Wie sieht es denn aus? Hast du Rückwandfolie? Sehr gut. Schwarz und weiß. Also transparente Rückwandfolie. Perfekt vorbereitet. Ich habe auch schon ein paar Pflanzen, die ich zum Teil auch submäßig gehabt habe. Wir waren auch beim Zoo Flottmann. Das Video gibt es bei LiquidNature. Da habe ich auch ein paar Pflanzen mitgenommen, weil der auch submäßig gewachsene Pflanzen hat. Was auch sehr gut passt. So, was habe ich dann hier noch? Ich sage es euch, der hat ja den ganzen Kofferraum voll mit Zeug. Ja, ich habe auch so einen Soil-Scoop und so einen Sandflatter mitgebracht. Ich weiß noch nicht, ob ich den brauchen werde. Und ich habe sogar einen Racki mitgenommen für die Rückwandscheibe. Okay. Wobei ich das wahrscheinlich mit den Sandflattern auch machen könnte. Wir packen mal das Aquarium aus. Da steht, was soll das nicht mit einem Messer machen? Jetzt mal ehrlich. Hält sich irgendjemand uns für eine Empfehlung, wenn da so ein durchgestrichenes Messer auf einer Verpackung ist? Jeder schneidet das mit einem Messer auf, oder? Das Einzige, warum man wirklich aufpassen ist bei Soil. Also wenn man so neun Liter Säcke in so einem Karton paucht mit drei Säcken. Dann schneidet man sehr gerne mal den Soil durch, wenn man das mit einem Messer durchsneidet. Sprichst du da aus Erfahrung? Ja, aber noch nicht so oft. Innenfilter ist nicht besonders groß. Ja, aber ich denke für das Aquarium wird das reichen. Es wird ja nicht so extrem voll wie es sonst Jaguars gäbe. Dann haben wir hier die Abdeckung aus schönstem Kunststoff. Ja, das ist jetzt ja eher ein Standard-Aquarium-Set. Hier ist auch eine LED-Schörer drin. Ich muss euch das jetzt mal zeigen. Das ist das einzige Messer-Areal mit Aussicht. Das ist crazy. Hier kann man drüben den Leuten beim Golfen zusehen. Jetzt gerade ist keiner da. Aber vorher... Ah, wobei! Oh ja, da hinten. Moment. Da wird kräftig Golf gespielt. Jetzt war ich nur noch eine Wasser mit Spüli oder so. Ja. Oh, schau, hier wird sich kollegial geholfen. Danke. Sehr, sehr nett. Danke. So, ich sprühe mir mal die Rückwand. Die ist auch gar nicht zu klein. Ja, ein bisschen Bodengrund. Ja. Und oben verdeckt ja auch der Deckel ein bisschen was. Also wenn du da oben und unten ein paar Zentimeter ran hast, ist das nicht so schlimm. Ja. Also brauche ich die obere Kante ja gar nicht irgendwie ausrichten, weil die sieht man eh nicht. Das stimmt. Darf ich auch noch ein bisschen Küchenrolle auspacken? Danke. Jetzt einfach das ganze Wasser rausdrücken. Ich brauche vielleicht eine Spur zu viel Spülmittel, oder? So, der Pachi hat zu wenig Bodengrund mit. Jetzt gehe ich ein bisschen shoppen für ihn. Das ist wohl so ein Sack Vulcano. Mal schauen, ob ich da was bekomme. Ich glaube, Stefan hat mir jetzt ein bisschen Sollas-Unterlage gebracht. Ist auch gar nicht so schlecht. So in dem Meerboden fast hinten, wo man den eh nicht sehen wird. Weil in dem Biotop gibt es relativ hellen Sand. Und dann fange ich mir an mit den Sollas. Die Aufziehtaschen funktionieren erstmal richtig gut. Aber zu meiner Entschuldigung, es gab kein Vulcano. Okay. Dann dachte ich mir, ich nehme Sand mit. Und Sand gab es auch nicht. Ja, alle schweren Sachen, die günstiger sind, will man nicht unbedingt auf eine Messe schleppen. Ja, ich verstehe die Händler. Also ich würde ja auch nicht zwei Tonnen Sand mitnehmen auf eine Messe. Es ist leider ziemlich hoch, das Aquarium. Leider ist der Tisch auch ziemlich hoch. Ja, das meine ich auch. Schau mal, hier gibt es schon gefährliche Lösungsansätze. Einfach auf einem Eimer rumstehen. Haris, soll ich dir auch einen Eimer besorgen? Ich glaube, das wird schwieriger. Aber es geht. Ich finde es auch toll, dass du den Filter bereits montiert hast. Ja, das ist sehr wichtig. Aber ich denke, für so einen Biotop, ich weiß nicht, wie der Stefan das sieht, also der Filter ist schon sehr klein. Aber generell würde ich sagen, für so einen Biotop-Aquarium mit weniger Pflanzen, braucht man nicht so einen starken Filter. Ja, also ich denke... Es kommt noch ein bisschen darauf an. Also hier habe ich auch relativ viele Pflanzen. Deswegen ist es schon ein bisschen stärker, aber... Ich könnte mir auch vorstellen, dass man da einfach nur eine Pumpe reinhängen kann. Also ohne Filter. Nur das Wasser bewegen. Aber die Milchglasfolie hast du sehr schön angebracht. Also ich sehe keine Knicke oder so. Ja, oben ganz leicht. Ach, das merkt man gar nicht. Also auf der Kamera sehe ich da gar nichts. Was benutzt du denn hier für einen Sandflatterner? Meinen eigenen, die kommen bald. Das ist nach dem Prototyp, das ist noch nicht der Originale, was dann kommt. Aber finde ich ganz praktisch. Vor allem, wenn man dann sehr schön so flächig den Sand verteilen kann. Wenn man jetzt noch besser ins Aquarium kommt, ist es natürlich leichter. Wenn man nicht auf Zehenspitzen... Ich zeige euch das mal. Hier, so ist es knapp. Hier ist es auch knapp. So, jetzt habe ich hier so hellen Sand, den habe ich von Sov Lottmann gekauft. Oder eigentlich bekommen. Also vielen Dank an den Tita von Sov Lottmann. Wir waren da auf dem Weg, hier zur Aqua Expo. Mit dem Liquid Nature Kanal dort und haben mit der Natur gemacht. Und ich habe noch Sand gebraucht und ich habe gedacht, den findet man sicher auf der Messe. Ich habe dann aber einen Tita eingefunden und zum Glück habe ich den mitgenommen. Weil sonst würde ich jetzt ein kleines Problem haben. Hier ist natürlich ein Punkt, wo ich den Soilscoop echt empfehlen kann. Also sonst, wenn man jetzt viel Sand reinschüttet, kann man den einfach aus dem Beutel schütten. Aber ich habe jetzt vorne hier so einen Spalt freigemacht, dass der Soil hinten ist. Und ich möchte vorne keinen Soil haben. Wenn ich das jetzt reinschütte, würde ich es jetzt wieder schnell vermischen. Deshalb fange ich jetzt zuerst mal vorne eine Schicht Sand hin. Also hier. Damit man den Soil vorne nicht sieht. Und jetzt können wir auch den Soil direkt ins Sand reinschütten. So, zum Glück habe ich zwei. Ist jetzt noch relativ viel, aber das wird alles nach hinten noch kommen. So, und jetzt geht es ans Harzgeb. Ich habe Steine gar nicht so viel gesehen in den Biotopaufnahmen. Aber ich habe so ein paar Flusssteine von dem Garten meiner Eltern, was ich schon länger zu Hause habe, mitgenommen. Und ich habe hier zwei Zwiftbootwurzeln mitgenommen. Die hatte ich im 120p und habe sie jetzt noch mal ins Wasser gelegt. Damit die so ein bisschen mehr nach Unterwasser aussehen. Weil so frische Wurzeln würden halt dann nicht so gut ausschauen. Weil die brauchen natürlich eine Zeit, bis sie halt so ein bisschen dunkler werden. Und hier ist auch so ein bisschen... Ja, ich glaube... Doch, hier ist noch ein bisschen Moos. Aber ich hatte das im Aquarium mit relativ viel Sulawesi-Inlandskarnälen oder Manokarnälen. Und die haben das fast wieder sauber gemacht. Also... Da muss ich eigentlich mit fast den ganzen anderen Wurzeln machen, wo überall noch Moos drauf ist. Damit die einfach sauber werden. Und jetzt habe ich mir gedacht, das irgendwie so hier rein zu legen. Mit einem Stein, der den Sand nach hinten hält. Weil sonst wird das Ganze nach vorne rutschen. Und das Ganze verklebe ich natürlich noch mit Waterpads und einem flüssigen Sekundenkleber. Jetzt der von MeinCubeLift, der Planescaper Liquid. Und da einfach auf ein paar Stellen, damit die Wurzel nicht auffilmt. Weil sie reich trotzdem noch ein bisschen auf. Obwohl sie jetzt fast eine Woche im Wasser war. Und halt davor auch schon länger im Wasser. Hier muss ich jetzt noch ein bisschen mehr aufpassen, dass ich jetzt nicht die Klebestellen sichtbar habe. Weil ich da keine Pflanzen oder Aufsitzer habe, die das verdecken. Deshalb muss ich hier ein bisschen vorsichtiger verkleben. Ich streue da noch so ein bisschen Sand drauf. So, ich bin jetzt mit den Harzgebirgen schon fast fertig. Vielleicht kommen noch ein, zwei Steine. Aber auf den Biotopaufnahmen habe ich halt fast keine Steine gesehen. Deshalb sind die auch mehr so da, um die Wurzeln zu fixieren. Und ich denke, ein paar Steine sind überall. Also sollte das passen. So, ich will jetzt kurz Pause machen. Und der andere ist zum Teil schon fertig. Also hier läuft schon eine Karin voll. Sascha ist auch, glaube ich, schon ziemlich fertig. Oder? Sascha ist komplett fertig, ja. Und ich werde jetzt das Ganze bepflanzen. Ich habe jetzt noch ein bisschen... Ich habe gehört, du machst da Wüstenrennmäuse rein. Ja, das wird ein Wüstenrennhaus-Biotop. Richtig cool. Ja. So, ich bin jetzt gerade am Bepflanzen. Hier habe ich einmal Ludwigia Ballustris vorbereitet. Ich habe auch ein bisschen was vom Zoo Flottmann mitgenommen, weil der hat ja auch schon Suppens gewachsen. Ludwigia... Ludwigia Rebens ist jetzt nicht Ballustris. Ludwigia Rebens. Dann ein bisschen Sagittaria. Auch von meinem 45F rausgeholt. Das ist auch schon schön lang gewachsenes. Und hier habe ich vor eineinhalb Wochen einen Vitotopf in seinen Sollbecher gesetzt und ins Aquarium gestellt. Ist noch nicht so hoch, aber ich denke, das wird schon passen. Und hier habe ich jetzt noch ein bisschen Moos geholt. Das werde ich auch noch aufkleben. Weil das ist hier auch so... Irgendwo ein bisschen Moos, salgig. Und dann noch Hydrocotyl bei Ticillato. Das werde ich auch noch verteilen. Und dann schaue ich mal, ob ich mit den Pflanzen auskomme. Oder ob ich mir unten noch ein paar suchen muss. So, ich bin jetzt am Befüllen. Also, es ist fertig befranst. Alles sehr schön aufgeteilt. Ich denke, es passt. Also, ich bin ganz zufrieden damit. Ich zeige euch das dann gleich, wenn das Licht an ist. Es ist nicht besonders stark. Also, ich bin gespannt, wie gut man das sehen wird. Aber... Jetzt bin ich schon so gut wie fertig. Also, es ging echt schnell. So, das ist jetzt das Ergebnis. Also, ich hoffe, man kann nicht verstehen, es ist ziemlich laut hier auf der Debrüne. Aber ich bin sehr zufrieden. Also, ich hätte natürlich noch mehr rausholen können, wenn ich mehr Zeit hätte und mehr Material. Ich muss sagen, es war ja auch relativ spontan. Und ich habe mich nicht so gut vorbereitet. Aber so, hier ist das Vorbild. Das Video ist auch in der Beschreibung verlinkt. Ich hätte ein bisschen mehr Wurzeln mitnehmen können. Dann hätte ich das ein bisschen voller machen können. Und ja, von den Pflanzen finde ich, bin ich ganz zufrieden. Also, hinten der Pusch. Das Video Rebens ist natürlich, wenn die dann mal wächst und zuwächst und länger wächst, wird das auch besser aussehen. Aber hier, die Mischung aus der Saccharia und der Hydrocityl ist ganz cool. Hier ist ein bisschen Moos auf dem Holz. Also, bin ich ganz zufrieden. Der Filter läuft jetzt. Noch ein paar Blätter, die werde ich dann die Tage absammeln. Oder morgen halt in der Früh. So, wir haben jetzt den zweiten Tag. Und das Aquarium ist richtig klar. Es ist sehr, sehr cool. Und ich zeige euch jetzt mal gleich die anderen. Und vor allem, ich möchte noch ein bisschen auf das Thema Aquascaping und Biotope-Aquaristik eingehen. Weil in meinen Augen sind das auch hier alles Aquascapes, die hier stehen. Natürlich meins geht mehr in die typische Aquascaping-Richtung, was ihr so kennt. Aber die anderen Biotope-Aquarien sind ja auch alle schön eingerichtet. Und es wurden sich viele Gedanken gemacht, wie welche Steine und Wurzeln platziert wurden. Deshalb würde ich sagen, dass das auch Aquascaping ist. Vielleicht halt Biotope-Style. Aber ja, finde ich sehr cool. Ich zeige euch mal die anderen Aquarien. Ich bin ein bisschen krank geworden, aber das ist doch schlimm. Hier das Aquarium gleich neben mir. Es ist ja alles ein bisschen schwierig zu filmen, weil es so hell ist und überall Spiegelungen sind. Aber das ist auch richtig cool geworden. Also hier ist so ein bisschen die Vorlage davon. Und zwar ist es ein Biotope von Borneo, Indonesien. Das ist sehr cool. Da habe ich noch eine ganze Beschreibung dazu und Bilder. Und es ist ein kleines Palotarium geworden. Also auch hier mit so einem Wasserfall und richtig schönen Moos. Also gefällt mir sehr gut. Hier so die Fahne, viel Puzephalanderas, viel so Palmwedel und Blätter. So. Ist auch sehr schön geworden. Gefällt mir auch sehr. Dann hier mein Aquarium. Habt ihr ja schon gesehen. Aus Florida, Blue Springs. Das hier ist von Sascha. Ein Biotop aus Deutschland. Bin jetzt der Nähe. Hat auch ein Video gemacht, wie er das ganze Harz gibt gesucht hat. Auch sehr cool geworden mit den ganzen kleinen Ästen. Hier sind auch ein paar Pflanzen im Biotop. Also gefällt mir auch sehr gut. Und vor allem der untere Bereich hier fällt sehr natürlich aus. Und es ist ziemlich klar, obwohl hier so viel Mulm und so liegt. Ist auch sehr cool geworden. Hier ist ein bisschen die Inspiration von dem Wald, wo er die Steine und so gesucht hat. Also sehr, sehr schön. So, hier ist das nächste Aquarium, was auch in Deutschland Biotope ist. Ist ja ein Aquarium-Contest. Hier liegt ziemlich viel drumherum. Also ich muss sagen, ich bin nicht so begeistert davon, dass hier so viel Zeug hier drumherum liegt und bei den anderen nicht. Ich finde es generell immer ein bisschen schwierig, wenn es nicht so viel regeln und so. gibt, die halt vorher bekannt sind. Weil generell finde ich, dass es cool werden, so viele Sachen drumherum liegen, damit das Ganze gut aussieht. Aber es ist immer ein bisschen blöd, wenn die Hälfte das nicht so weiß und es einfach nicht vorgegeben ist. Also generell finde ich es cool, wenn man es einfach schon vorher im Ruf steht. Man kann den Tisch rundherum dekorieren. Weil dann schaut das Ganze natürlich hier auf der Messe sehr gut aus. Aber die meisten haben es halt nicht. Und dann ist es immer so ein bisschen blöd, wenn dann ein Aquarium ganz anders aussieht. Und auch wenn nur das Innere bewertet wird. Es wird nur das Innere bewertet. Ja, aber es trübt den Blick vom Aquarium. Also natürlich, wenn du so draufschaust, siehst du ja das drumherum. Und auch wenn du das nur auf das Innere konzentrierst. Ja, aber hast du denn gefragt, ob du was außen machen darfst? Ich habe nichts gefragt, weil ich finde es halt immer schwierig, wenn man einzeln fragt und dann, dass irgendwann vielleicht ein Tag von Contest nochmal bekannt gegeben wird. Stimmt, aber es ist gleich eine Folie. Guck mal da, es ist gleich eine Folie und manche schon. Ja, ich finde gar nicht, dass das du falsch machst, sondern dass generell vom Contest falsch kommuniziert wird. Ja, das finde ich schöner gewesen. Weil wenn das einfach kommuniziert wird, könnte jeder sowas aufbauen und dann wird halt jedes noch besser aussehen. Ja, natürlich. Aber ja, also. Das kann man einfach mitnehmen, was fürs nächste Jahr. Ja. Deswegen erwähne ich das damit, damit halt für die nächsten Jahre das vielleicht ein bisschen mehr vorher kommuniziert wird, dass halt mehr Möglichkeiten haben, Sachen zu machen. Auf jeden Fall, das sehe ich genauso wie du. Ja. Weil vor allem beim Biotop finde ich es halt cool, mehr so Sachen, was rauswachsen zu machen. Ja, aber es ist halt auch ein Biotop. Ja, voll. Es wirkt einfach ein Biotop. Und ich finde es eigentlich auch cool, ein Biotop, was oben offen ist. Ja, ich finde auch. Kann man halt wirklich was rauswachsen lassen. Das finde ich schon wesentlich besser. Auf jeden Fall. Aber ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr vielleicht da die Chance kriegen. Ja. Finde ich auch, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Spielraum gibt. Vielleicht können deine Vorderjahre mal sagen, was die davon halten. Ja, genau. So. Schreibt es doch mal einfach in eure Kommentare, was ihr davon haltet. Also du hast auch ein Biotop aus Deutschland gebaut. Genau. Ich wohne ja in diesen Biotop quasi. Okay. Also jetzt nicht in den Biotop, aber im Naturs-Wasserschutz-Gebiet. Und gehe da halt mit dem Hund immer spazieren und finde das halt wirklich landschaftlich wirklich toll. Und da kommen die ganzen Besucher aus Düsseldorf und München Gladbach. Ja. Die haben da zum Naturs-Gebiet. Und jetzt habe ich mir gedacht, warum? Das muss ja gar nicht weit weg sein. Hat so viele tolle Sachen von Hause. Ja, genau. Sondern fährt jetzt immer weit in den Urlaub und sowas. Das ist halt eigentlich gar nicht nötig, ne? Ja. Wie viel hast du gemacht? Florida, Blue Springs. Okay. Ja. Ich wollte etwas, was mehr so in die Aquascaping-Richtung geht. Ja. Weil dort wachsen sehr viele Pflanzen und das ist sehr klar. So, hier ist noch ein Biotop aus Malaysia. Von der Lois Aqua Design. Auch sehr cool. Hier ist es echt schwierig, wenn keine Hintergrundfolie drauf ist. Dass das gut abgefilmt werden kann. Aber auch sehr cool. Auch pflanzenlastig. Viel so Blätter und Zapfen und so. Also, gefällt mir auch sehr. Dann geht es hier weiter. Das ist Australien. Das ist ein sehr steinlastiges Layout. Hier so ein paar Pflanzen. Das ist ein Pflanzenbett. Wieder viele Blätter und Botanicals. Also, so irgendwelche Rinden. Aber auch sehr klein. Also, es passt sehr gut vom Traileris. Und hier viele so Steine. Das ist ein Steinbett. Also, sehr cool geworden. Und dann noch hier. Ich glaube, das ist Kolumbien. Kolumbia. Pio. Magadro. Ja. Kolumbien, glaube ich. Also, coole Schrift. Aber ein bisschen schwer zu erkennen. Und schwer zu lesen. Aber sehr schön geschrieben. Und hier das Aquarium. Auch sehr schön. Mich fehlen eigentlich 100 Varus. Hier, ich weiß gar nicht, was für eine Pflanze das hier ist. Das ist nämlich die Krypten. Die Kryptekorilen. Sagen mir jetzt gar nichts. Aber... Nymphoides... Ah, hier. Nymphoides Gardneriano. Nymphoides... Placidia. Und Echinotaurus Reni. Also, Echinotaurus habe ich zumindest erkannt. Und hier würde ich auch sagen. Es ist halt alles irgendwie... Hat keinen Grund, wie die Wurzel hier so liegt. Aber ich würde sagen, ist ein Aquascape. Oder zumindest geht ein Aquascape in Richtung. So, das war es jetzt mit dem Video zu einem Biotope Aquarium. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Schreibt es hier in die Kommentare. Ich weiß noch nicht, welche Platzierung ich bin. Und das Video wird jetzt wahrscheinlich am Sonntag kommen. Oder am Sonntag wird das irgendwann dann bekannt gegeben. Deswegen, vielleicht steht es jetzt hier eingeblendet, welchen Platz ich erreicht habe. Ich muss sagen, wie ist die Platzierung nicht so wichtig. Es bringt mich jetzt darum, hier Spaß zu haben und ein cooles Aquarium einzurichten. Und dann bis zum nächsten Mal.